Als strategisch weitsichtig denkende Unternehmer zählen sie bestimmt zum Mitgliederkreis von Swissinwand. Denn wer dabei ist, profitiert und überholt Konkurrenz. Swissinwand kennt und bündelt die Interessen von einzelnen Branchen und unterstützt seine Mitglieder in der Berufsbildung und bei der Umsetzung von Gesetzen. Als nationaler Dienstleister für die Branchen organisiert Swissinwand seit mehr als 100 Jahren die Berufsbildung für heute sind über 2'000 Ausbildungsbetriebe. Zusätzlich profitieren Mitgliedsfirmen und daraus aktuell mehr als 100'000 Versicherte. Von Sozialversicherungen wie die AHV oder die Pensionskasse. Ein modernes Gesamtpaket, das stimmt, mit kostengünstigen und massgeschneiderten Angeboten. So kommen und bleiben die Mitglieder auf der Überholspur. Swissinwand baut sein Angebot an Dienstleistungen permanent aus. Neue Branchesegmente werden erschlossen, die Digitalisierung umgesetzt und im E-Business in allen Dimensionen höchste Priorität eingeräumt. Gleichzeitig ist das Beitragsmodell aber seit über 40 Jahren das Gleiche. Sogar mit den gleichen Jahresbeiträgen. Als Non-Profit-Organisation muss Swissinwand auch inskünftig fit für die Zukunft sein. Nur so kann der Verband die besten Dienst- und Serviceleistungen schweizweit erbringen und den Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zeit ist reif, das veraltete Beitragsmodell zu einsetzen. Zukunft heisst, ein gerechtes, transparentes und faires Beitragsmodell einzuführen. Dabei sind Fairness und Gerechtigkeit im neuen Modell keine leere Worthülse. Kleine Unternehmen sollen vom Branchenkollektiv unterstützt werden. Ganz im gutschweizerischen Sinn. Transparent und nachvollziehbar. Das neue Beitragsmodell kurz erklärt. Jedes Unternehmen entrichtet einen Sockelbeitrag von 500 Franken pro Jahr. Dazu kommt, und das macht das neue Modell fair und leicht umsetzbar, einen Beitrag von 0,5 Promille von AHV-Lohnsumme bis zum höchsten Beitrag von 25'000 Franken. Die richtige Grundlage, um alle Mitglieder gleich zu behandeln. So trägt die Wirtschaftskraft vom Einzelnen ins Kollektiv mit. Das ist geläbte Solidarität bei Swiss Avant. Jetzt ist Zeit rief, das neue Beitragsmodell einzuführen. Es liegt in Ihrer Hand. Stalten Sie die Zukunft des Verbandes mit. Swiss Avant. Der Name ist Programm. Zusammen auf zu neuen Ufern. Stimmend und bestimmen Sie. An der Generalversammlung 2024 in Luzern. Für mehr Gerechtigkeit, mehr Zukunft und mehr Transparenz. Kurz für das neue Beitragsmodell von Swiss Avant.